Musik Koop hat jetzt für Sie besonders günstig den richtigen Grill, Schweizer Qualitätsholzkohle und zum Anzünden die praktischen Flammanzündwürfel. Mit denen brennt es sofort ohne Holz oder Papier. Grilliert es ist gut und gesund, wenn man es richtig macht. Erst wenn die Zündwürfel ganz verbrennt sind, den Rost aufsetzen. In den offenen Flammen nie grillieren, sondern warten, bis die Holzkohlen mit grauen Aschen bedeckt sind. Die dann wegblasen. Das Fleisch nie anstechen, sondern mit der Zange kehren. Und erst nach dem Grillieren salzen. So haben Sie immer feine, saftige Grilladen, die auch gesundheitlich gut sind. Einen guten!